und wieder ein liebes hallo meine lieben zockerfreunde ja alle guten dinge sind ja drei nicht und so hat mir gedacht mache ich heute noch ein let's play natürlich wieder evil defenders und ich wünsche euch jetzt schon viel spaß dazu glaubt das können wir weg das kennt ja jeder machen wir auch lassen wir mal gleich laden lorde lorde und fertig geladen so ich lasse das jetzt alles so und hoffe dass es nicht zu laut sein wird wir haben 637 seelen vom letzten mal und will ich mal gucken wie ich die verarbeiten kann ich die gebrauchen kann so was ist denn da das ist der armbrust schütze da ist alles fertig da können wir gar nichts machen die nämlich eigentlich zu selten und da will ich auch mein geld nicht verplempern aber hier die kanone das ist nämlich nicht schlecht was war damit noch mehr schaden hier vorne habe ich auch und das nie warte was ist dies denn vergrößert den schaden was haben wir noch das tempo tempo ist gut das ist sogar wichtig denn wir zwei mal tempo jawohl so was wäre das nächste tempo 7,5 ist ja immer nicht viel nicht aber der mensch freut sich was soll das was soll's so gut ja dann gehen wir mal ins nächste rein ich habe ja schon alles fertig ne und den standard hatten wir glaube ich schon mal gespielt albtraum chaos weiß ich jetzt nicht so genau ich will auch nicht mehr das gleiche spiel mensch dann würde ich doch sagen um bisschen spannung aufzubauen dass wir dann gleich mal in die hölle gehen wir gehen in die hölle kann euch nicht so wie die hölle schon hat das ist schon wieder so lange hier wird das zuletzt gespielt haben wir gehen aber in die hölle so und hier habe ich mir gedacht machen wir mal diesen erschrecker den schlafenden drachen denn kommt hier so ein türmischen und hier machen wir mal die zauber hier oben setzen wir mal die kanunen denn kommt hier wieder ein armbrust goblin und hier kommt auch noch mal ein armbrust goblin da habe ich noch zeit und geld noch für ein geld zeit und dann wollen wir morgen und die mal gucken wir machen gleich die nächsten auch schon die ballern wird schon einmal weg so ja kommen alle her kommen alle her es ist gar nicht schlimm da setzen wir schon gleich unser mc hellmann ein in der zeit kann ich das hier schon mal und hier nie den haut er noch weg dass wir sind ordentlich erschrecken wir gleich noch genießen so hier kommt gleich ein blitz rein das nicht weiß ich nicht ach diese doofe zu schnell da muss erst mal weg das ist sehr gut denn kommt hier schon mal der adapt oder die adapt hin je nachdem und nun mal ganz schnell ein bisschen gift und war der geiler tier so du kriegst auch gleich hat du gehst läuft noch es läuft noch blitz rein ja das freut mich das ist sehr sehr gut den kann ich hier euch schon mal erhöhen mc hellmann muss hier hin da ist noch nix fertig weiter aber ich hoffe ja dass es auch klappt das sieht bisschen eng aus aber aber es geht noch wie sie ja gift ist ganz schnell gift gift und blitz einsetzen boi lu wenigst gutes hieronten habe ich noch gar nichts das ist nicht so le der erschrecke es ja auch nicht so kreide wenn ich das jetzt schaffen würde ja wen kann ich denn hier genau dieses hier aus ja gift erst mal ist guck mal wir können gleich wieder mit helmen einsetzen aber für die tussis alle lohnt sich das nicht machen wir auch nicht machen wir gar nicht weil wir haben ja noch die blitze können wir erstmal mit den blitzen arbeiten in der zeit kann ich den schon mal wieder hochpushen nee den kann ich zurück da kann ich ein zumindest zurücksetzen aber sollten die schaffen schaffen wir auch das ist sehr gut ich schaffen wir auch noch komischen du bist auch gegenüber und weiter geht es bringt immer nicht so viel geld das ist so aber jetzt jetzt reicht den blitz ja auch hier ganz schnell den blitz habe ich oder habe ich gerade beide umgenaukelt ist gut weiter geht das ist schon so runde 25 wie sieht es mit dir aus gut aus viel ist es nicht aber immerhin mckayman lassen wir noch mal aus dem fuhr raucher noch nicht das müsste auch noch reichen ja und jetzt kommt die kanone erst mal so was machst du dann jetzt kleiner granatwerfer okay das kommt ja noch brauche ich mehr käme brauche ich nicht mehr käme wenn ich das jetzt wüsste ich werde hier unten den zauberer gleich mal so ab dem geben dann ist ein update richtig wie schaut es hier aus noch gar nicht gleich gleich könnte ich jetzt noch mal gift mit gift arbeiten zur hälfte vergiftet wird würde werden das wäre toll aber es geschafft ja mal geschafft wunderbar das ist prima du kriegst gleich was von platz du jetzt wenn ich jetzt wüsste wer wo kommt wäre das toll ich mache ihn hierher weg her mit du musst da du musst den erst mal klein hauen genau so den erschrecke noch mal schön weiter in der zeit mache ich den schon mal klar hier so dass er so ein bisschen schon schießen kann damit die zauberer hier alle mal weg kommen so noch mal blitz reinhauen wie sieht es bei dir aus ja du bist schon mal ein zauberer wunderbar denn tu jetzt auch mal was ein bisschen und ja und ja gut also nix das lohnt sich nicht der gift zu machen und überhaupt nicht du bist so schon kaputt gemacht und bis sie oben sind haben wir auch wieder ein blitz frei nehmen wir die blitze mal so dann haben wir hier schon ohne ich geld und könnt den hier erstmal auf da soll der schnelle genau der so jubelt der junge der junge schnell schütze schön wir haben zwar nicht viel aber sind dafür sehr schnell angriffsstärke ist sehr mau aber immerhin da wird geschwindigkeit angreifst ist auch gut wie schaust jetzt aus jahr gift jetzt kommt gift und hier kommt noch mal blitz rein bringt ja noch nicht so viel der blitz aber auch das wird schon alles das wird schon so jetzt wenn wir den zauberer hier und noch mal hochnehmen hochmachen hochnehmen quatsch müsste reichen müsste reichen ja das reicht auch muss gucken gedanken machen blitz haben wir noch nicht verrat ist aber auch nicht so tragisch ich warte noch ein klein bisschen ab bis ich hier mein blitz zum einsatz bringt so den haben wir hier den können wir hier was soll er machen hier was soll man auch dann soll man das mit dem auge machen weil das genau bringt weiß ich glaube das verlangen hat oder irgendwie sowas und dann machen wir die kanone dann haben wir zwar nicht mehr so viel geld aber das ist nicht tragisch kommt jemand werde erst mal vergiftet so erstmal kommt wer von da oben kommt bevor ich mir kämen einsätze hier kriegt gleich noch mal hier blitzkram wunderbar so jetzt können wir dich nehmen und du kriegst den scharfschütze goblin genau und hier machen wir die schnelle den tapferen goblin der sehr schnell ist und der kriegt auch gleich eine verbesserung und denn dann gucken wir jetzt mal hier schaffe ich das noch brauche ich gar nicht gutes weg gespart das geld ist ja auch mal ein schönes gespart ja so dann kommt mal alles schön ich will euch zu dritt haben aber das hat nicht so geklappt wie ich mir das vorgestellt habe ich schade was macht er eigentlich macht er jetzt reduziert die verteidigung jetzt ist er noch böser ja das ist gut so das ist gar nicht schlimm jetzt kommt der schon aber ja wir setzen den erstmal hier ein hier kommt so ein bisschen gift noch der knallt gut weg der auch jetzt hier den haut er kaputt glaube ich schon oder er ist weg das weiß ich jetzt nicht muss ich mal gucken ja hat er geschafft wunderbar hier noch mal ein blitz rein und hier machen wir noch mal eis und schnee zauber wunderbar jetzt machen wir zwei müsste ein bisschen gut weg gehen und dann haben wir diese runde schon mal geschafft diese mission da passiert mir nichts mehr prima das freut mich dass ich es auch wieder geschafft hat mich hat es ja schon mal geschafft warum sollte ich das nicht auch ein zweites mal schaffen ne das bringt immerhin so ein paar seelchen jo mal gucken wie viele seelen ob ich das schon mal nicht was mitmachen kann nee das lohnt sich noch nicht das lohnt sich noch nicht gut dann machen wir weiter so was hatte ich denn jetzt gehabt jetzt machen wir das inferno das wird schon ein bisschen heftiger weil da ja weniger cool am anfang ist also weniger seelen die wir zur verfügung haben auch nö es geht es geht so sollen wir jetzt dabei bleiben oder nicht das ist jetzt die frage erschreckt er wieder dahin war ja nicht schlecht das können wir so beibehalten hier machen wir so ein bisschen anders hier mache ich erstmal die zauberer und dann mache ich hier den goblin armbrust hier oben kommt diesmal auch eine armbrust dann kommt hier noch mal ein zauberer und ach ne jetzt hab ich den verkehrten genommen ach du Schitte aber ich verkaufe naja aber ich noch nicht viel ist egal ich hab mich vertan das passiert schon mal ganz anders naja arbeiten wir eben nur mit den Schützen so dann kommt mal alle jawoll noch ist gar nichts los ja dann nehmen wir auch gleich mit den gleich schon mal verstärken hier blitz reinhauen hier oben und die nächsten kommt schon an aber ihr werdet vergiftet kommt man alle hier ihr werdet schön vergiftet ich muss nur den richtigen Zeitpunkt abpassen jetzt jetzt hat das gewirken komm du kriegst du auch gleich was zu tun du möchtest hellmann du hellmann wie auch immer ihr werdet schön vergiftet da hinten und in der Zeit kann ich wunderbar hier aufbauen ja dich verkauf ich ich weiß ich krieg da nicht viel Geld für aber es reicht dafür was ich machen möchte die muss ich haben weil ich dann nachher die dicke Bärta machen will ja du likest ich like auch wir liken dir alle ob du noch die kraft hast weiß ich nicht nee du bist weg und du kommst jetzt weg das schwöre ich dir so ja bin ich aufgepasst ja gleich die nächsten und hier oben der kann ja auch schon was machen da kann ich noch gar nichts machen ist aber nicht ganz so tragisch ja hier kommt noch mal gut ja das schaffst du das schaffst du bin ich mir ganz sicher und hier knall ich nochmal hier knall ich nochmal so ein rein wie sieht es hier aus gut sieht es aus jawohl ihr werdet vergiftet dann brauche ich wahrscheinlich Mac-Helmen noch nicht denke ich mir jedenfalls so können wir gleich zu machen vielleicht langt ja die Vergiftung so vielleicht das müsste reichen reicht das für dich auch noch ja reicht für dich auch noch so dich mal ein bisschen verstärken hier was auch immer du machen kannst nächste loslassen hier ein Blitz rein oh puh das ist aber anstrengend diesmal meine Gute Mac-Helmen ich brauch dich mal und zwar hier brauch ich dich und hau mal ein paar Leute glatt dass ich denn hier was machen kann so so und so den hier auch schnell gut die sind schon mal klar wunderbar das jetzt alles reicht weiß ich nicht dich habe ich noch gar nicht aber erst mal den Blitz so dann bist du auch weg du auch weg und jetzt kann ich dich schon mal höher machen du bist kaputt du bist kaputt ja das ist lustig du bist kaputt warum auch nicht und die kann ich ja wieder vergiften ne so nächste Runde die kann ich ja weg Mac-Helmen das dauert noch ein bisschen und nachher mache ich auf zwei das ist besser so so ich vergifte euch ich vergifte euch du 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 kommst weg das Gift ist ja nicht schlecht ne Mac-Helmen komm ich brauch dich aber ganz aber zack ich brauch dich das wird so nix das wird mir so nix ich brauch dich ganz dringend das ist sehr gut die schnellen und hier hier kommt der tapfere Goblin hin und die nehmen wir hier wir nehmen mal alle durcheinander das ist ja auch gar nicht so schlimm alle durcheinander nehmen hier da können wir schon mal aufbauen so mehr geht jetzt nicht ach ich glaub die werden alle gemacht von denen ja da hab ich gar keine gar keine bedenken weiter so können wir denn bei dir was machen machen wir auch und die nächste und jetzt auf zwei zwei stellbraume glaub du ja nicht dass du hier was machst nee so das ist gar nicht schlimm ich hab das Gift schon wieder parat das Gift ist gut das ist sehr gut das Gift Backgabling kommt auch gleich mhm ja so doppelt und kann ich da schon was nee schade kann ich da schon auch noch nee macht nix ihr wird so platt gemacht das ist gar nicht schlimm du erschrecker sollst auch gleich ein bisschen höher kommen so oh ja du kannst auch so rennen du bist weg sich gar nicht ein du hast bloß auf so mhm gut Gift 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 ganz schnell Gift ja oh du musst mithelfen Mac du musst mithelfen sonst schaffen wir das mich nicht aber das ist nicht schlecht gleich höher machen und hau sich ordentlich im zu breit das hast du gut gemacht wunderbar ich bin stolz auf dich so ja und jetzt machen wir die hier gut und der nächste bitte nächste herr dieselbe dame prima das klappt gut ja da kann ich noch abwarten das ist noch nix los können wir den zweiten auch schon nehmen hier haben wir wieder das rein so jetzt gucken wir mal wie das mit dem Vergiften aussieht sieht auch gut aus das können wir hier machen jawoll den Granatwerfer zumindest den schon mal so da können wir noch nix weiter machen aber warte mal ab hier nee da geht auch noch nix jetzt aber böser Schnellschütze wunderbar und der nächste wäre denn der ach den Wüten hab ich schon na gut ja bitte Runde 18 oh wieder du Tosnelda da weg mit dir ich ich morg dich nee oh da muss ich ganz schnell was machen mit dem Zauber so da haben wir nix mehr weiter macht nix es geht es geht alles und wir haben wieder Gift parat und dann machen wir wieder jetzt jetzt Gift 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 und nu du musst weg aber ganz schnell so das ist sehr sehr schön nur auf und wegen hast du dir aber nur gedacht so nun kommst du hier mit mit Feuer oder mit Eis mit Eis kommst du du kommst mit Eis das ist gefährlich jetzt mhm wir gucken wir sehen wir gucken so da muss ich gleich mehr Kälmen hinsetzen du kriegst hier noch einen auf den Nuss oh da kommen gerade die Vögel da das hab ich nun da hab ich nun gar nicht mit gerechnet das ist doof aber die knallen die da hinten ab das ist gut nee das will ich gar nicht machen was ist mit ihnen denn hier ach das ist blöd jetzt ach machen wir das mal so nein du wirst wirst du oh 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 jetzt muss ich aufpassen so da kann ich schon den machen und dann weiter mckhelman nee dich lass ich noch mckhelman du sollst noch nicht dran kommen ah der ist noch zu schwach leider 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 am besten ich hau hier mal was zwischen da hab ich auch nicht richtig gemacht macht nichts ihr kommt so weg mckhelman schnell mckhelman oh 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 o mckhelman das ist wichtig so gut pju pju nee ist fertig was ist mit dir jetzt geht noch nicht oh das wird wieder spannend wird wieder spannend aber warte mal euch kann ich noch ja und dann das ist gut nee hier hau ich noch einen Blitz rein und schnell mal vergiften vergiften ist wichtig oh hier muss man schnell spielen. Hier kann es gar nicht langsam sein. Was ist hiermit? Geht da noch was? Nein. Aber hier geht noch was, ne? Jawohl, da geht noch was. Gut. So. Dann fahren wir mit Helmen noch mal kurz rein. Das ist sehr gut. Ja. Die haut er schon mal kaputt. Was können wir bei dir machen? Hm. Ja, ich nehme die dicke Bärta. Aber. Die Gebärta, komm mal hier. Da musst du hin. Genau da musst du hin. So. Das ist gut. Hier haben wir nix mehr. Können wir da noch? Jawohl. Können wir noch ordentlich Eis machen. Weg mit euch. Der ist fertig. Nein, der ist noch nicht fertig. Aber wieso geht denn der nicht? Aber jetzt geht er. Mal gucken, wie er die erschreckt. Ich sehe doch gar nichts mit Erschrecken. Der erschreckt doch gar nicht doll. So, wir werden schon mal mit Gefieder arbeiten müssen. Weil anders geht das nicht. Wunderbar. Und dicke Bärta. Was sagst du? Gar nichts. Na, ja. Ist ja gut. Beherrsch dich mal, ja. So. Jetzt mal das hier. Oh, gleich Gift. Mac Hellman vorsetzen. Aber ganz schnell. Und dicke Bärta. Kann ich hier noch was machen? Nein, ist fertig. Ist fertig. Mann, die sind ja alle fertig. Nein, hier kann ich noch. Das ist gut. Das ist gut. Und hier auch noch mal schnell. Wunderbar. Jetzt kommt noch mal einer. Ach. Dicke Bärta, bist glaube ich auch fertig, ne? Ich weiß ja nicht genau. Das ist gut. Da könnte ich ja noch mal. Oh, da kann ich auch noch mal den Schneezauberer machen. Ja, komm. Du musst weg. War dir wohl klar, ne? Na, da geht noch nichts weiter. Kann ich da noch was? Nein, das ist nichts. Du bist eben nur sehr schnell und das war es dann aber auch. Nein, nein. Nee, das ist mir zu brenzlig. Ist mir zu brenzlig. Und auch gleich noch Gift hinterher. Was ist mit dir? Bist du fertig da oben? Nein, du bist noch nicht fertig. Aber jetzt sieht es gut aus. Jetzt sieht es gut aus. Ähm. So. Wir warten. Wir warten einfach ab. Nee, das war noch gar nichts. So. Soll ich, soll ich nicht? Soll ich Gift, soll ich nicht Gift machen? Ich mache Gift. Das lohnt sich allemal für euch. So. Du, Meckhelmen, bist auch gleich fertig. Meckhelmen, eigentlich, ne? Du bist da. Du bist ja ein Dämon. Du bist halt der Devil. Der Devil. Evil. Nein, die lasse ich da gar nicht durch. Die sind sehr schnell. Komm, ich vergüfte euch. Wenn ihr gar keine Chance habt. Müsste klappen, müsste klappen. Müsste klappen, dass ich denen gleich mal hier ordentlich noch einen reinhau. Auf Deutsch gesagt. Dann kommt der liebe Mr. Mac. MacDybel. Ja. Ah, du knallst sie so weg. Wunderbar. Jetzt kommt was Fliegendes. Habe ich hier noch was? Ja. Auch was. Oh, das ist schön. Guck mal, die greift. Wer ist die Tante? Frostmeister. Die greift die Fliegenden an. Klasse. Ja, das ist schön. 55%. Wunderbar. Ich glaube, ich kann jetzt auch nichts mehr machen. Ich glaube, jetzt habe ich alles fertig. Ja, du kleine Schönheit da oben. Und zeig mal beim nächsten Mal, bei der letzten Runde, was du kannst. Ich habe jetzt alles und war da einfach ab. Auf Runde 30. Hm. Wunderbar. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Ha. Jo, jetzt wird die so weggenagelt. Ha. Guck mal, der Mann. Da hat die alte keine Chance mehr. Nö. Runde 30 wartig. Mal schauen, inwieweit wir die kaputt kriegen, die Starken. Die sind ja so ziemlich stark eigentlich. Ja, das sieht gut aus. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Da brauche ich ihn noch gar nicht rausnehmen, den. Mech. Mech, du kannst doch da unten sitzen bleiben. Ich sage dir bescheiden, wenn du raus musst. Nee, das ist alles in Ordnung. Schaffen wir. Wir arbeiten auch wieder mit Gift ein bisschen. Jawohl. Das solltest du schaffen. Aber jetzt, jetzt möchte ich ihn doch schon mal haben. Jetzt möchte ich ihn doch haben. Und, wo warst du? Hier. Hier bist du. Oh, du Schwachmat, du. Oh, das könnte ganz enge Kiste werden. Nee, doch nicht. Hab ich einen Sott, du. Da kommt jetzt nicht mehr viel. Die schaffen wir alle so. Ah, puh. Ah, war doch ganz schön spannend. Was kriegen wir dafür? Oh. Sieht nicht schlecht aus. Feinerle. Freut mich. Mach mal. Mach mal hin. Ich möchte wissen, was ich an Seelchen jetzt habe. 1050. Ja, das lohnt sich doch. Das lohnt sich. Momentum. Die ist alles fertig. Naja, gut. Zwischendurch kann ich die aber auch nochmal gebrauchen. Was könnte ich denn da machen? Wiederbeleber. Wiederbelegung deiner Kämpfer. 25 Prozent. Gibt es nicht noch was Besseres? Schutz. Ignoriert die Zielverteidigung. Hm. Was ist das? Kritische Chance. Bogenkämpfer. Nö, Bogenkämpfer nehme ich ja kaum. Alles auch mit Bogenkämpfer. Nieder dunkle Ritter. Zurück an die Angreifer. Und was ist das da unten? Todesfee. Ich habe noch nie was von gehört von der Todesfee. Hm. Ach, wir nehmen einfach mal den Wiederbeleber. Jawohl. Dann gehe ich nochmal zum Zauberer. Was können wir da nochmal? Teleport. Teleportierung. Nö, finde ich nicht so pralle. Da habe ich auch noch nicht viel, ne? Nee. Tempo erhöhen. Ach, der tut ja gar nichts. Also so gut wie gar nichts. Mit ihm bin ich total fertig. Was ist denn hier hinten? Mullkicken. Hier gibt es auch gute Sachen. Pass mal auf hier. Oh, wollte ich doch gar nicht. Provision. Oh Mann. Das wollte ich überhaupt nicht machen. Das ist ein Wellenbrecher. Kann ich jetzt nicht, weil ich das Geld nicht habe. Was ist das hier? Unschätzbare Gabe reduziert den Preis für Aktivierung der... Was ist das denn? Was ist denn eine Machttorte? Äh, Machttorte, Quatsch. Machtorte, ja. Oh Mensch. Ob ich das mal nehme? Ich nehme es einfach mal. Ich weiß zwar nicht, was das soll, aber... Shit, okay. Ich nehme es einfach mal. So. Weil das so schön war, machen wir gleich die nächste. So, dann haben wir jetzt Entfernung. Die Prüfung ist jetzt dran, ne? Das war doch eben das Entfernung. Jetzt kommt die Prüfung. Uiuiui. Die Prüfung. Hm. Gespannt, wie viele Seelen das da erstmal gibt. Mit wie viele Seelen können wir aber... Ich hab's mir doch gedacht. Ich hab's mir gedacht. Nee, da muss ich anders... Da muss ich ganz anders arbeiten. So. Äh, oh. Das wird jetzt schwierig werden. Hm. Kanone bringt da eigentlich nicht so viel. Ah, das ist doof. Zauberer. Hm. Ah, ich probier's einfach mal aus. Das wird schwer werden. Ähm, ja. Da wollen wir erstmal das machen. Ich werd hier rechtzeitig den einsetzen müssen. Aber ich Gifteinsätze weiß ich noch nicht. Glaube nicht. So. Machen wir das schon mal? Merk nur, haut doch schon mal zu. Du wirst aber auch ein langweiliger Typ. Und lahmarschig, würde man sagen. Ja, komm, dann vergift ich euch mal. Dann kommt doch aber schon. Das gilt umsonst gemacht. Das ist so blöd. Warte, ich muss hier hinten weitermachen. Das nützt ja alles nicht. Nochmal ein Zauberer. Und nochmal hier so ein Ding. Das ist gut. Ja, das sieht ganz gut aus. So, dich will ich mal wegbeamen. Was können wir hier machen? Dann kriegen wir euch ja so ein bisschen klein. Ja. Oh, oh, oh. Schauen wir das? Schauen wir, Schauen wir, Schauen wir, Schauen wir. Oh, das sieht schlecht aus. Da hab ich nicht aufgepasst. Da hab ich gar nicht aufgepasst. Wenn ich den Mec jetzt rechtzeitig kriege. Oh, Mec beeile dich, komm. Ich brauch dich, Junge, ich brauch dich. Oh. Gut. Jetzt kann's weitergehen. Oh, ich brauchte den ganz doll. Oh, du bist da unten und die sind da oben, ne? Das ist nicht schön. Und schnell. So, bisschen vergiften hier. Das ist gut. Und mir kannst du nichts zu tun. Dass ich dich auch nicht da hinstellen kann. Das ist ja doof. Mann, warum bist du so unbeweglich? Mein Lieber. So, mal hier. Und denn... Denn hier mal rein. Irgendwie weiß ich nicht. Irgendwie war auch ein Leben auch nur. Ja, ja, ich weiß. Ein Leben. Das ist Schiede mit einem Leben. Habe ich den wieder ready? Nee, noch nicht. Habe ich den ready? Hätte ich jetzt gleich. Habe ich dich ready? Endlich, hab die ready. Das ist gut. So, das ist sehr gut. Ja, dann könnt ihr mal hinten alle so langsam hier. Es tut mir leid, dass ich sagen muss. Ihr müsst verrecken. Das nützt alles nichts. Lohnt sich das? Es lohnt sich nicht. Aber es lohnt sich. Das lohnt sich zumindest. So, zumindest hier nochmal so etwas. Ah, die sind jetzt auch schon so schnell, ne? Nee, machen wir nicht. Dass ich gar nicht ein Kombi muss, wo ich mithelfen, damit ich hier irgendwas machen kann. So. Hier können wir auch schon mal. Mh, nee. Jetzt kommt der schon. Hau du mal da noch ordentlich rauf. Ich kann da gar nichts machen. Ihhh. Ach, wir würden schon mal Zauberer hoch. Ein Adderwinzen haben. Und da habe ich nicht aufgepasst. Da haue ich erstmal sowas rein. Und dann, komm, du kriegst auch gleich was. Und denn, 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 denn. Ich habe auch wieder gleich Gift. Habe ich Gift? Ich habe Gift. Komm, alles schön her. Alles schön her. Ihr werdet erstmal vergiftet. Erstmal auch nicht vergiftet. So. So. Ist schon mal gut mit dem Gift, ne? Ja. Ich habe auch diesmal keine Kanone, keine Bertha genommen. Das ist blöd. Dich haue ich so weg. So. Ne, das sieht gar nicht gut aus. Ne, ne, ich lasse dich noch mal. Ich lasse dich noch mal. Das muss auch so gehen. So, dann kommst du noch mal hoch. Auch ein Adept. Oder wie das da heißt. Hier nehme ich dich noch mal rein. Ja, das geht nicht anders. Komm, du auch schnell. Ja. Vielleicht kann ich schon wieder Gift machen. Aber, ja, ne. Ja, ne, ist gut. Oh. Mein Gift, ist mein Gift ready? Ja, ist ready. Gut. Das ist sehr gut. Das Gift ist ready. So schnell hier. So. Ja, so. Gut. Ich brauche den Blitz. Für die nächste Welle. Ich brauche den Blitz. Ja, das ist ja nicht toll. Oh. Schnell vergiften. Schnell vergiften. Ich werde euch helfen. Ich vergifte euch jetzt erstmal. Warte, du musst unbedingt höher kommen. Ja. Nicht schlecht. Oh. Warte mal. Du musst auch mal Räuber Goblin werden. Aber kannst ja nicht. Schaffen wir das? Ja, schaffen wir. Ich will die noch nicht nehmen. Nein. Bleib ruhig. Bleib ruhig. Brau, na, rota. Du kommst schon noch dran. Aber ich will das erstmal so versuchen. Jo. Na, kommt schon. Na, mach ihn doch alle. Mach ihn alle. Ja. Ja, richtig. Meinen Schuhen alle. Gut. Nee, nee. Du bist vergiftet. Da träumst du von. Du bist vergiftet. Auch wenn das bisschen länger dauert mit der Vergiftung. Macht nicht. So, ich brauche erstmal einen Zauberer. Einen Zauberer. Und du bist schon tot. Gut. So. Na, das bringt noch nicht alles wirklich was hier. Aber wir haben ja noch zwei Runden. Da kann noch so einiges passieren in den zwei Runden. Da schaffe ich nichts mehr weiter. Nee. Ich will mir die noch aufsparen. Du brauchst noch ein bisschen, ja. Aber nicht mehr allzu viel. Gut. Nee, warte mal. Warte, wir machen jetzt auf zwei. Jetzt machen wir auf zwei. Und dann kommt die Vergiftung an der Reihe. Jo, schön euch vergiften. Das ist sehr, sehr gut. Und das ist jetzt die Runde 19. Ah. Nee, warte mal. Warte. Du. Das will ich jetzt machen. Und hier auch schon mal. Jetzt kommst du. Du hast keine Chance, mein Freund. Nee. Siehst du. Und geschafft? Ah. Ja, wir haben es geschafft. Sieht. Boah. Ich habe schon gesagt, ich würde das nicht schaffen. Aber naja. Habe ich ja doch. Hey. Wie schön. Da freue ich mich immer wie so ein kleines Kind, wisst ihr. Ach, ich spiele so gerne. Jo. Ich singe gerne. Ich spiele gerne. Aber im Moment bringt mir das Spielen wieder mehr Spaß als das Singen momentan. Nein, das ändert sich auch wieder. So. Nicht so lange quatschen, Oma. Das war's für heute. Und ich sage erstmal Tschüss, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.